Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für sommerlicher, gepfefferter Erdbeersalat. Der sommerliche, gepfefferte Erdbeersalat ist ein Rezept aus der TV-Sendung Landfrauenküche, die regelmäßig im BR übertragen wird. Das Original stammt von der Landfrau Christine Schmidt-Konz. Sie konnte mit dieser Vorspeise ihre vier Gäste und KonkurrentInnen voll überzeugen und neugierig auf die kommenden Menügänge machen. Für vier Personen-Portionen werden folgende Zutaten benötigt. 200 Gramm gemischter Blattsalat wie zum Beispiel Rucola, Kopfsalat UE, 100 Gramm grüner Pfeffer aus dem Glas, 200 Gramm frische Erdbeeren, 2 Esslöffel Balsamico Typ Bianco, 2 Esslöffel geschmacksneutrales Speiseöl, zum Beispiel Rapsöl, 1 Teelöffel Senf, 1 Teelöffel Honig, Salz, frisch gemahlener grüner Pfeffer. Folgende Utensilien werden benötigt. Schüssel, Küchenbrett und Kochmesser, Salatschleuder, Küchensieb, Rührlöffel, KL, Schüssel, Schneebesen. Zubereitung Den Salat putzen, waschen und trocken schleudern. Die Salatblätter in mundgerechte Stücke zupfen. Den Pfeffer abtropfen lassen. Die Erdbeeren waschen, putzen und in Stücke oder Scheiben schneiden. Vorbereitete Zutaten in der Schüssel verrühren. In der kleinen Schüssel die übrigen Zutaten mit dem Schneebesen verrühren und abschmecken. Über den Salat geben und vermischen. Servieren. Beilage Vorspeise zu weiteren Landfrauenküche-Menügängen Punkt, Punkt, Punkt Diese Varianten gibt es. Ersetzt man den Honig durch normalen Zucker, so erhält man eine vegane Vorspeise. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!